Ja und weiter geht's mit dem großen Karpfenangel-Futtermische-Futter- und Köder-Kombinationsguide. Weiter geht's detaillierter auf die Frage, welche Köder verwendet man mit welcher Futtermische, wie füttert man Spots an, es gibt verschiedene Variationsmöglichkeiten, geht man auf Masse, geht man auf Größe der Fische, da gehen wir jetzt im Detail drauf ein und gucken uns natürlich auch an, wie man die Mischen zusammenbaut und welche Komponenten da alle wichtig sind. Ja, wie auch schon im letzten Video gesagt und kurz beschrieben, es gibt bei den oder an den Spots, an denen wir halt gerne stehen, ich bin jetzt hier gerade am Bärensee, 4450, ich würde sagen, einer der klassischen Spots. Es gibt verschiedene Herangehensweisen, um Fische ausfindig zu machen. Eine wichtige Komponente oder eine wichtige Herangehensweise ist, dass wir uns einen Köder wählen, dass wir die Köder oder unsere Ruten auswerfen, ohne Futtermische, ohne irgendetwas an Lockmittel extra reinzuschmeißen und dass wir dann erstmal blank quasi das Wasser abtasten mit verschiedenen Ködern und wenn wir dann an den verschiedensten Stellen verschiedene Spots vielleicht ausfindig gemacht haben, dass wir dann sagen, okay, an dieser Stelle, nehmen wir jetzt mal hier genau an diesen Seerosen, haben wir Amur und den weißen Amur haben wir vielleicht sogar als Ziel gerade ausgemacht, dann suchen wir uns eine Futtermische aus im Nachhinein, die zu dem Köder passt. Und da gibt es dann eben verschiedene Möglichkeiten. Wollen wir einfach nur, dass der Spot eine möglichst hohe Frequenz hat oder sind wir tendenziell darauf aus, dass wir an der Stelle vielleicht dann doch eher Trophies fangen? Mit dem Nachteil, dass die Frequenz natürlich deutlich zurückgeht. Also das müssen wir halt immer entscheiden. Wollen wir die dicken Brocken oder wollen wir eher die Masse anfischen? Ja, mit einer deutlich höheren Frequenz dann versuchen rauszuziehen. Wie können wir das bewerkstelligen, wie können wir das sozusagen steuern oder wie können wir die Fische an diese Stellen, an diese Spots ranloggen? Pauschal gesagt ist es so, dass wenn wir eine Futtermische mit einer Qualität 10 von 10 ins Wasser reinschmeißen, an diesen Spot reinschmeißen, erhöhen wir die Population an diesem Spot prozentual am höchsten. Das heißt, wenn wir eine 5 von 10 Mischereien ballern, haben wir nicht so eine prozentuale Erhöhung wie eine Futtermische mit einer Qualität 10 von 10. Das sind quasi die höchsten Prozente, Prozentfaktor X. Das ist halt nicht bekannt. Prozentfaktor X, die höchsten Prozente, wie wir die Population an diesem Spot erhöhen. Wenn wir die Komponenten, wir können ja mal kurz reinschauen, das heißt, wir nehmen uns jetzt hier einfach mal eine Trockenmische und ich hatte hier schon etwas vorbereitet, was so ganz klassisch hier auch immer mal wieder funktioniert. Kokossahne, Sahne in Kombination oder ja, Kokos alleine, Kokoscreme. Diese Kombination ist eigentlich relativ klassisch, tatsächlich auch hier für diesen Spot. Wir haben hier insgesamt 5 Komponenten, wo man sagt, es sind tendenziell eher kleine Partikel. Das heißt, diese Kombination an verschiedenen kleinen Pellets und an Basis mit dem Maismehl sozusagen, das sorgt dafür, dass wenn wir die ausbringen, diese Mische, ob das jetzt mit der Futterrakete ist oder wir machen das halt auch in Bällchenform, dann ist hier vielleicht eine Komponente weniger drin, werfen das aus. Aber egal wie, wenn wir das so kombinieren, sorgen wir dafür, dass es eine Lockwirkung wird, die eher für die Masse ist. Das heißt, viele kleine Fische, es wird mehr angelockt, aber auch nicht unbedingt deutlich größere Brocken. Ich baue das nochmal eben um in eine Mische für tendenziell größere Fische. So, das ist jetzt hier eine Kombination von, ja, Trockenfuttermische, Trockenfuttermische mit Komponenten, die deutlich größer sind und was haben wir auch hier stehen im Vergleich zu den Bällchen, nicht notwendig. Das heißt, wir lassen auch hier dieses staubige, dieses kleinpartikelige Futter lassen wir weg. Wir füllen quasi die Trockenmische komplett mit großen Komponenten. Wir füllen sie mit kleinen Pellets, die man auch auf den Haken ziehen kann, nicht diese kleinen aus den Tüten. Wir nehmen zum Beispiel auch noch solche kleineren Boilies mit rein, beziehungsweise vielleicht gibt es auch noch Boilies, auflösende Boilies und natürlich auch noch gemahlene. Hier jetzt zwei Varianten, einmal Kokossahne, einmal süße Sahne. Und diese gemahlenen oder geschredderten Komponenten, die nehmen wir natürlich auch gerne mit rein. Und ja, da ist es dann eigentlich auch nicht wirklich relevant, ob es jetzt Pop-Up ist oder nicht. Diese Wirkung mit Pop-Up, dass das Ding dann hochschwimmt oder nicht, entfalten diese Boilies oder nur als Boily-Variante und nur am Haken. Wenn das jetzt hier quasi geschreddert ist, haben die zwar die Wirkung des Produktes sozusagen, aber nicht mehr diese auftreibende Wirkung. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit, um gezielt auf große Brocken zu gehen und weniger auf die große Masse. Das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, wir reduzieren ein wenig die Frequenz, wenn wir einen Spot damit anfüttern oder erhöhen sie halt nicht deutlich, sondern erhöhen eher die Wahrscheinlichkeit auf große Fische. Und ja, was wir dann halt dazu noch machen können, dass man dann sagt, okay, vielleicht so in Richtung der Abendstunden ballern wir dann hier nochmal so einen Stringer mit rein, dass wir dann da auch nochmal ein paar Boilies extra anfüttern oder ein paar Pellets aufpassen. Gerade bei diesen Komponenten mit diesem großen Futter, mit den großen Partikeln, sind wir jetzt sehr schnell an der Grenze des Überfütterns. Das heißt, da ist die Gefahr am größten, gerade eben dann auch mit den Stringern. Da gibt es die Empfehlung, dass eben gesagt wird, okay, so wie gesagt Richtung Abendstunden, wenn man schon eine Zeit lang hier angelt, dann wirft man da nochmal so einen Stringer mit rein, aber eben nicht zu viel. Sobald man halt überfüttert ist, ist der Spot erstmal wieder für einige Zeit kaputt sozusagen. Und ja, alles war dann umsonst. Das heißt, da mal so einen Stringer reinwerfen, eine Stunde warten, heißt es tatsächlich, um dann erst wieder nachzufüttern. Was wir natürlich dann auch machen können, gerade eben für die großen Brocken, die wir dann reinwerfen, man kann natürlich auch die Futterschleuder verwenden oder dann eben auch, wenn wir Boilies direkt reinwerfen wollen, dass wir dann eben dieses Rohr mitverwenden. Die Komponenten habe ich gar nicht. Ihr wisst, ich bin gar nicht der große Karpfenangler, aber das eignet sich natürlich auch. Das heißt, wenn wir dann in Richtung Abend halt nochmal Attacke machen, dann da nochmal, ja, wir haben sagen wir jetzt einmal mit allen Routen, mit allen drei Routen einen Stringer ausgeworfen, plus dann nochmal mit dem Boily-Rohr was ausgeworfen, dann ist das wie gesagt auch ein Hotspot und dann muss das auch tatsächlich für, ja, ich sag mal, ein bis zwei Real-Life-Stunden erstmal reichen. Dann ist der Spot halt wirklich komplett angefüttert. Wie gesagt, seid dann nicht überrascht, dass die Frequenz nicht so hoch ist. Es ist wirklich ein Anlocken auf große Brocken. Man geht dann gezielt halt wirklich auf die dicken Fische und hofft natürlich dann auch auf die Trophys. Ich würde sagen, wir machen das einfach einmal, wir kombinieren jetzt hier einfach mal die Mische, bauen das jetzt eben zusammen, machen das jetzt einfach mal hier als großes Kokossahne, einmal anfertigen. Das heißt, wir haben jetzt hier, ja, neun von zehn in der Qualität, 40 Portionen. Okay. Und jetzt nehmen wir das hier in unsere Futterrakete rein, Trocken mische, hier ist es, groß benutzen und gehen jetzt hier an der Stelle, gehen wir mal auf, nehmen wir mal 23 Meter, werfen die Rakete aus, zack, sie fällt runter, sinkt ab, geht auf den Grund und dort sollte sie jetzt auch geöffnet sein. Man sieht es ja immer oben links in der Ecke, noch sind jetzt hier 40 Einheiten, wie vorhin schon, wie gerade noch produziert, sind da jetzt noch drin. Sobald wir jetzt gleich eingeholt haben, sehen wir, dass es dann nur noch die 30 sind. Jetzt muss ich mir gleich hier die Stelle einfach auch noch ein bisschen merken. Das heißt, wir haben hier Routenspitze ungefähr. Das war jetzt das Ziel. Oben sehen wir, jetzt sind es nur noch 30 mischen. So. Moment, was waren das jetzt? 23? 23 Meter, genau. So, dann gehen wir jetzt hier hin mit der ersten Rute. Wir haben alles mit Kokos und Sahne ausgestattet. Gehen jetzt hier auf die 23 Meter auch und werfen dementsprechend da aus. Ich hoffe, das passt von der Bebleiung. Ja, passt. Werfen aus und landen dann hier gleich mit allen drei Routen an der gleichen Stelle. Was wir jetzt natürlich machen könnten, der war ein bisschen zu weit links, den hole ich direkt nochmal rein. Wir könnten natürlich, verhakt, wir könnten natürlich mit der dritten Rute einfach woanders angeln. und gelöst. Oh, und der Bimit ist schon direkt los. Das ist doch nett. So, nochmal ein bisschen weiter und ja, der kommt gut und auch genau angekommen. Sehr schön. Ich denke nicht, dass die, dass die Futtermische jetzt direkt schon ihre Wirkung entfaltet hat. Ich denke mal, dass das erst so langsam losgeht. Perfekt, direkt einen Giebel gefangen auf die Komponenten. Aber wie gesagt, die Wirkung der Futtermische, die wird wahrscheinlich noch ein bisschen auf sich warten lassen, bis das dann richtig losgeht. Ja, wie gesagt, wir könnten jetzt mit einer anderen Mische an einer anderen Stelle das jetzt natürlich ausprobieren. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal auf die Trockenmische, nehmen dann hier nochmal unsere Kokossahne, beziehungsweise hatte ich die nicht sogar schon gespeichert. Ich hatte die sogar schon gespeichert. nicht ganz. Da ist sie mit allen Kombinationen, mit allen Komponenten. Nehmen das hier, machen das einmal fertig, haben jetzt hier sogar eine 10 von 10 Mische, nehmen die jetzt hier einmal wieder in die Futterrakete, legen die mal auf 21 Meter und ballern die mal jetzt hier raus. wo haben wir sie? Kokossahne Creme, 10 von 10, 21 Meter. Wir hatten jetzt hier vorne einmal den Spot und ja, wir vermuten einfach mal, dass es vielleicht hier direkt anschließend links daneben auch noch einen Spot gibt. Also raus damit. Zack, ziemlich genau auf die 21 Meter geklippt. Ziehen das Ganze auch wieder rein und werfen jetzt gleich unsere dritte Route mit ähnlichen Komponenten. hoppala, werfen wir jetzt nach da vorne auf 21 Meter raus. Jawohl. Und lassen die dann da liegen. So, das heißt, wir haben jetzt zwei Stellen, die mit ein bisschen Abstand voneinander platziert sind, mit unterschiedlichen Futter angefüttert und ja, so könnte man auch einfach testen, wie lüpt das Futter, wie wirkt sich das aus. Ich teste das jetzt auch gleich noch mal ein bisschen und wir werden dann natürlich auch noch die Ergebnisse sehen. Ja, und es bimmelt fleißig los an allen Routen. Zack, hier auch direkt die nächste. Jawohl. Also, es funktioniert schon ganz gut hier. Hoppala, wobei auch hier jetzt erstmal noch die kleineren erstmal reingehen, hier auf 21 Meter. Wichtig wäre mir einfach hier, dass die Frequenz auch ganz schön und ganz groß ist und hier haben wir okay, auf dem Großspot auch den ersten etwas größeren und der zweite bimmelt aber auch schon los. Also, es scheint ganz gut zu funktionieren. Ich muss sagen, ich muss mir selbst oder auch mein Angelverhalten ein bisschen ändern. Ich werde demnächst mit deutlich anderer Futter mische zum Beispiel an der alten Festung mal versuchen auf meine Trophäen Karpfen dort zu gehen. Freue ich mich schon drauf, dass es dann da vielleicht auch mal ein paar größere Brocken gibt. Ja, Petri, ihr Lümmels, ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen. Wenn ja, gerne den Kanal abonnieren, einen Daumen da lassen fürs Video, gerne auch teilen mit den anderen Angelkollegen und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch montags, mittwochs und freitags. Petri. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.